Wir melden uns nach einem erneut pickepackevollen Regionalfußball-Wochenende und Christoph, bei uns steht so einiges auf dem Programm. Ich bin sogar versucht zu sagen, es steht alles auf dem Programm, was wir haben können. Wir haben zwei sogar Freitags-Derbys, eins davon vor 500 Zuschauern, was heutzutage wirklich eine bombastische Zahl ist. Wir haben ein Topspiel in der dritten Division Amateure, erster gegen zweiter. Wir haben die höchste Amateurmannschaft in der DG im Programm, die Union-Kelmys mit einem Heimspiel. Und wir haben das erste Spiel von Pascal Otten als Emmelser Interimstrainer, das leider verloren ging. Leider aus Emmelser Sicht, zum Glück aus Honsfelder Sicht. Damit ist eigentlich alles angesagt und wir gehen vor allem auch wieder ein Stück in die Historie des Provinzfußball hinein. Ganz genau, aber bevor wir das alles machen, und es ist ja wirklich ein Haufen heute, hören wir erstmal das Intro. Der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Bau, direkt vom Platz, direkt ins Studio. Ja, bei fünf Spielen im Angebot, da stellt sich die Frage, womit sollen wir denn beginnen? Es ist eigentlich ziemlich klar, dass wir chronologisch starten, sprich mit den Freitagsspielen, die sind ohnehin schon sehr lange her. Und da, finde ich, hat es ein Spiel einfach verdient, das erste zu sein, wegen der Anzahl Zuschauer. Wir haben es eben schon gesagt, 500 Zuschauer waren am Freitagabend zu Gast an der Rotterstraße, um zum ersten Mal seit 19 Jahren das Spiel St. Vitt gegen Uttler zu begutachten. Das hat das letzte Mal stattgefunden im März 2004, am 14. März, wenn ich mich jetzt an meinen eigenen Text recht erinnere. Damals auch schon mit Mario Seffer zwischen den Pfosten bei der SG Rapid Uttler, der hat es diesmal leider nicht geschafft. Aus Verletzungsgründen, gute Besserung an dieser Stelle. Aber Christoph, wenn du so hörst, ein Derby zum ersten Mal seit 19 Jahren, das weckt doch schon Lust hinzufahren, auch wenn wir beide es in dem Moment nicht haben machen können. Ja, genau, du sprichst jetzt schon die Lust an. Zum Glück haben wir noch wen gehabt, der Lust darauf hatte und dann eben auch vor Ort war. Und der wird uns dann eben auch gleich einiges erzählen können, Robin Kolaris. Und ja, also 500 Zuschauer, das ist schon was Besonderes. Vor allem, wenn man auch weiß, wie gut dann die Stimmung sowohl in Uttler als auch in St. Vitt sein kann. Und dann in so einem rassigen Derby, das stelle ich mir schon beeindruckend vor. Ja, effektiv. Rassiges Derby, du sprichst es an. Gerade so die St. Vitter-Fans-Szene ist auch durchaus hier und da mal emotional unterwegs, was nicht immer negativ gemeint ist, auf gar keinen Fall. Aber dann ist natürlich mega geil, an 500 Leute da stehen zu haben. Und vor allem, wenn du zwei Vereine hast, deren Dörfer in dem Sinne oder Stadt, um Gottes Willen, bevor ich es mir mit den St. Vittern verscherze, die ja wirklich nah beieinander liegen, dann kennt jeder jeden. Und das ist dann auch nochmal mega geil, finde ich. Ja, definitiv. Zumeist dann eben auch viele Spieler sind, die dann schon in der Jugend zusammengespielt haben, die sich von klein auf kennen, die sich auf jedem Dorf- oder Stadtfest treffen, gemeinsam in die Kneipe gehen. Und dann ist da schon was ganz Besonderes, vor allem, wenn man das dann auch noch vor Freunden und Familien und dann gefühlt auch noch allen anderen aus den dazugehörigen Ortschaften machen kann. Ja, weil ich glaube, 500 Mann, da müsste ich überlegen. Also das Aufstiegsspiel Kelmis gegen Raren im Mai, das hat laut den Kelmisern vor 1000 Mann stattgefunden. Das ist bei mir das absolute Nonplusultra bisher gewesen. Ich meine damals dieses legendäre 6 zu 2 von Elsenborn gegen Bütchenbach, nachdem Bütchenbach 2 zu 0 geführt hat. Das war auf der Elsenborner Kirmes. Und ich meine, entweder waren es 400 Mann oder 600 Mann. Auf jeden Fall war es ziemlich nah dran, wenn nicht sogar über der Quote jetzt bei St. Vitt gegen Uttla. Aber das ist schon, das ist cool, weil du merkst dann halt auch einfach, in so den Spielen wird halt einfach die Arbeit der Vereine dadurch gewertschätzt, dass halt eben das halbe Dorf oder das ganze Dorf oder die halbe Stadt oder die ganze Stadt dann da ist und nicht dann irgendwie nur so 100 Mann, wenn es hochkommt. Ja, definitiv. Was mich jetzt erst interessiert, aber die Frage wirst du mir gar nicht beantworten können, ob das Spiel denn eben auch mit der Kulisse hat mithalten können. Ja, und da würde ich doch sagen, leiten wir die Frage direkt mal weiter nach Amel und zwar zu unserem Grenzecho-Kollegen Robin Kolaris. Er hat uns wieder mit ein paar Sprachnachrichten versorgt und ein paar Eindrücken von Freitag. Und da wollen wir doch direkt mal reinhören, was Robin so zum Spiel zu sagen hat. Ja, ich hatte am Freitag die Ehre, das Spiel zwischen St. Vitt und Uttlau schauen zu gehen. Es war für mich ein seltener Ausflug in die dritte Provinzklasse, aber ich muss sagen, es hat mich nicht enttäuscht. Das Spiel hatte wirklich alles zu bieten, sowohl schönen Fußball als auch eine sehr, sehr tolle Kulisse mit vielen Zuschauern. Es waren ja knapp 500 Leute da und das war schon was Außergewöhnliches für die heutigen Zeiten, dass wir noch mal so viele Leute bei dem Spiel waren und dann auch noch in der dritten Provinzklasse. Also das war wirklich toll. Vor dem Spiel Feuerwerk, nach dem Spiel Feuerwerk, Pyrotechnik, alles war dabei. Fangesänge, Trommeln, ich weiß nicht und so weiter. Also da haben sie wirklich nichts ausgelassen. Ich bin wirklich begeistert und das Spiel an sich hat auch nicht enttäuscht. Also da waren es vor allem die Gäste, die da wirklich sehr, sehr stark losgelegt haben und eigentlich in Führung gehen mussten. Über zwei starke Szenen von Gino Kummo, der zweimal im 1 gegen 1 am Sanfetor Torwart André Fraunkron gescheitert ist. Und noch zwei, drei andere Szenen, wo der Ball gut und gerne im Tuch hätte landen können. Aber dann war es eben Sanfet, die kurz vor der Halbzeit in Führung gingen durch Marvin Verbarskott, der eine Ecke einfach über die Linie gedrückt hat, der da am schnellsten geschaltet hat und den Ball mit voller Überzeugung ins Tor befördert hat. Und das auch noch gegen seinen Ex-Klub. Also auch noch eine kleine Geschichte am Rande. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann schon gemerkt, dass Udler es schwer hatte, noch mal ins Spiel zu kommen. Und ja, Sanfet hat ein bisschen gelauert, aber auch nicht die großen Chancen gehabt. Und am Ende war es dann wieder ein ruhender Ball, ein Freistoß, der über Umwege total komisch ins Tor, ja, im Tor gelandet ist. Am Ende war Sanfet die glücklichere Mannschaft, die die beiden Tore erzielt hat. Und Udler musste sich nur über sich selbst ärgern, dass sie am Anfang eben nicht das Tor gemacht haben. Ja, das hört sich ja alles schon ziemlich interessant, ziemlich cool an, auch durchaus emotional so gesehen. Vor allem kennen wir es eigentlich gar nicht, dass Rapid Udler kein Tor schießt. Also das Kompliment geht dann auf jeden Fall raus an die St. Vierter Verteidigung, die diese Tormaschine von Udler dann an diesem Abend zum Erliegen gebracht hat. Ja, und das ausgerechnet bei St. Vierter ist ja in den letzten Jahren immer mal wieder durch spektakuläre Ergebnisse aufgetaucht. Aufgefallen. Genau, das war eher das Wort, aufgefallen ist. Und auf beiden Seiten dann, also Tore schießen konnte St. Vierter immer schon, aber die Null halten gerade gegen einen offensiv so starken Gegner, das hat dann schon etwas für sich. Also das könnte auch noch ein gutes Zeichen für den Rest der Saison sein, würde ich behaupten. Ja, absolut. Und das trifft eigentlich auch auf beide Mannschaften zu. Auch Udler kann ja sehr gut Tore schießen. Auf der anderen Seite können sie absolut nicht Tore oder Spiele zu Null beenden ohne ein Gegentor. Also in dieser Saison hat Rapid Udler noch kein einziges Mal nicht getroffen, bis halt eben zum 10. November, bis zum Spiel gegen St. Vierter. Und vergangene Saison, wo sie ja Meister wurden in der vierten Provinzklasse, da ist es auch extrem selten vorgekommen, dass Udler gar kein Tor gemacht hat. Ich glaube sogar, es ist kein einziges Mal vorgekommen. Also von daher doppelt und dreifach Bravo an St. Vierter. Ja, und dementsprechend auch ein Ergebnis, das den großen RFC dann eben auch nochmal einen guten Schritt nach vorne bringt. Sie stehen jetzt auf Platz 5 in der Tabelle und sind vor allem eben auch wieder ein bisschen näher an die Tabellenspitze herangerückt, haben da wieder eher den Anschluss gefunden, vielleicht sogar genügend, um dann hier und da auch die Tabellenprimen, wie man so schön sagt, Hofre und die Turkania, Valonia, Weissmus, Femmoville ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich habe es nochmal gesagt, nach zwei Sendungen, in denen wir den Namen nicht gesagt haben. Ja, da saßen wir jeweils im Schnitt und uns fiel auf, ah, Scheiße. Genau. Ich möchte ganz kurz noch was hinzufügen. Rapid Udler hat letztes Jahr tatsächlich ein Spiel ohne ein eigenes Tor beendet. Am 11. September. Gegen Bölling durchzufallen? Nein, gegen Bölling nicht. Die waren beide ziemlich spektakulär. Gegen Stärfrocker Schaum B. Am fünften Spieltag. Ein 1 zu 0 für Stär. Hat Stär in der Gesamtübersicht da sehr viel gebracht. Ja, gut. Das ist halt das Übliche dann für eine B-Mannschaft in der vierten Provinzklasse. Ganz genau. Aber du sagst es schon ganz richtig. St. Fitt bleibt weiter auf Tuchfühlung mit den oberen Mannschaften. Wobei sich da natürlich jetzt auch an diesem Spieltag oder in den letzten Wochen drei Mannschaften abgesetzt haben. Nämlich Hofre, Elsud und wer, Christoph? Sag es. Die Turkania, Wallonia, Weißmus, Femmourville. Richtig. Denn Hofre steht jetzt mit 35 Punkten auf Platz 1 und dahinter folgen... Die Turkania, Wallonia, Weißmus, Femmourville. Die allerdings zweimal nacheinander 2 zu 2 gespielt haben. Genau. An diesem Wochenende noch gegen Jale und deswegen jetzt mittlerweile auch von Elsud B. eingeholt wurde. Beide Mannschaften liegen jetzt punktgleich zwei Punkte hinter Hofre. Und dann gibt es aber effektiv auch schon eine Lücke von sechs respektive sieben Punkten auf Wallhorn und St. Fitt. Und wiederum ein Punkt danach kommt der FC Bülüngen, der KFC Bülüngen um Gottes Willen. Und die Union Wallhorn habe ich noch gesehen gleich. Da können wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, warum Wallhorn es weiterhin schafft, den Anschluss zu halten. Wir wollen aber nochmal auf St. Fitt gegen Uta zu sprechen kommen. Wir haben eben gesagt, 500 Mann beim Derby, das ist ja schon mega geil. Robin, wen hast du denn alles so erkannt bzw. gekannt? Weil wir kennen es ja von Spielen, die nicht sonntags stattfinden, wo der Großteil der Mannschaften auf dem Platz steht. Dass halt gerade in der Eifel auch super viele Mannschaften die anderen Klubs supporten gehen und schauen gehen, was die denn so veranstalten. Wie hast du das denn alles erlebt? Ich muss sagen, per Zufall war ich da sogar schon ein bisschen vor dem Anpfiff in sein Fitt. Und da habe ich mich schon gewundert, als ich da ankam, dass da so viel los war. Und es hat einfach nicht aufgehört, obwohl es halt auch so ein schlechtes Wetter war. Strömender Regen eigentlich während des gesamten Spiels haben sich die Leute da nicht von abschrecken lassen. Und ja, sein Fitt hatte da eine ziemlich große Fangruppierung. Aber auch Uta hat sehr, sehr viele Fans mitgebracht. Und ansonsten waren auch viele Fußballbegeisterte aus der ganzen Gegend da. Ich habe Leute aus Amel gesehen, aus Elsenborn, aus Honsfeld und noch viele andere. Also da war wirklich viel los. Und ja, so soll das sein. Das wäre für mich kein Problem, wenn es jede Woche so wäre. Aber ja, man kann auch nicht immer solche Highlights haben wie in St. Fitt. Aber es war auf jeden Fall Werbung für den Provinz-Blußball. Dann würde ich gerne noch auf jeweils einen Spieler bei St. Fitt und bei Uttler zu sprechen kommen. Lustigerweise, ohne das abzusprechen, hat Robin eben schon eine Nachricht geschickt, um welchen Spieler es bei Uttler geht. Das hört ihr gleich bei St. Fitt. Möchte ich mal gerne über Marvin von Barscott sprechen, weil der hat in den letzten Wochen sehr viel Verantwortung übernommen, finde ich. Ist ja auch ein Ex-Spieler von Uttler, wie Robin eben schon gesagt hat. Und der fällt wirklich im Moment durch sehr viele Vorlagen, beziehungsweise eigene Tore auf. Eines dieser Tore durfte ich ja dann auch selber sehen im Spiel beim FC Open B. Wenn ich mich recht erinnere, war es eine schöne Kombination durchs Mittelfeld. Bis dato, das war Anfang der zweiten Halbzeit, die einzige schöne Kombination der St. Fitt durchs Mittelfeld. Und der nimmt bei St. Fitt im Moment ziemlich viel in die Hand. Und bei Uttler, da ist dieser Mann, der die Komplimente verdient hat, jemand, den Robin jetzt vorstellt. Ein Spieler bei Uttler hat mich wirklich besonders beeindruckt. Das war Gian Henkes. Der hat hinten in der Abwehr im Zentrum gespielt. Und was der da teilweise an Bälle wegverteidigt hat mit seinen jungen Jahren, das war schon beeindruckend. Also auf dem Niveau, dass er schon so ruhig am Ball ist und die Zweikämpfe gewinnt. Und dann aber auch in manchen Situationen trotzdem mit nach vorne geht, das fand ich wirklich total beeindruckend. Und ja, der hat sich auf jeden Fall einen Sonderlob verdient. Auch wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat, denke ich, dass man das schon mal erwähnen darf, wie stark ich ihn fand. Und ich denke, das sehen auch viele andere Leute so, dass das auf jeden Fall ein großes Talent ist in der Uttler Mannschaft. Ja, bei Rapid Uttler spielt ja auch nicht nur ein Henkes, nicht nur Gian, sondern auch sein älterer Bruder Luca. 21 und 23 sind die beiden alt. Und Luca Henkes ist ja auch einer, den ich noch ziemlich stark finde. Auf der Außenbahn bei Uttler sehr technisch stark auch. Den hatte ich ja tatsächlich auch fürs Fußballecho im Interview. Und Hans Feld, ich musste ihn ein bisschen überreden bei seinem allerersten Interview. Aber der hat sich ganz gut geschlagen. Und der Grund, warum ich ihn interviewt habe, war, dass er in all den Jahren, in denen Uttler jetzt in der vierten Provinzklasse rumgekrebst ist, er dem Verein immer toll geblieben ist. Der war schon dabei, als sie gegen Bayern abgestiegen sind, hat da auch ein Tor geschossen tatsächlich, das im Endeffekt den Abstieg nicht hat verhindern können. Er hat dann aber gesagt, die Gemeinschaft hier ist so geil, mir liegt so viel am Verein. Ich sehe nicht einen jetzt irgendwo anders zu spielen, wo ich vielleicht ein oder zwei Klassen höher auflaufen könnte, sondern ich möchte das auch jetzt gerade biegen mit Uttler. Ich möchte wieder rauf in die dritte Provinzklasse, hat das dann auch nach fünf Jahren effektiv geschafft. Und das beschreibt ja auch ziemlich viel bei Rapid Uttler, dieses familiäre, dieses nicht zu einem anderen Verein wechseln. Ich meine, die Anzahl Abgänge pro Jahr, die kannst du ja schon an einer halben Hand abzählen bei Uttler. Ganz genau. Und wer das dann eben auch, wie wir schon ein paar Mal angesprochen haben, eine der großen Stärken im Verein, die dann auch vielleicht durch die ein oder andere unruhige Phase, zumindest sportlich gesehen, in dieser Saison gut helfen kann. Richtig. Und Gianni Henkes ist dann einer von denen, die jetzt eben in der vierten Provinzklasse in die erste Mannschaft gekommen sind und jetzt zum ersten Mal dann auch P3-Luft schnuppern. Ich habe mich dann, wie ich es liebe, mich ins Grenzecho-Archiv reingeschmissen und mal ein bisschen gesucht und mit Robin geschrieben und ein paar meiner Informationskontakte spielen lassen. Und ihr Vater, Frank Henkes, der war auch schon Spieler im Regionalfußball, hat bei Emmels gespielt. Habe ich eine Seite gefunden, das kann ich gerne mal vorlesen, aus dem Jahr, so einen Moment, aus dem Jahr, nein, das ist die falsche Seite. Er hat zu viel rausgesucht heute tatsächlich. Ich habe zu viel rausgesucht, ja, das wird noch interessant gleich. Eine Grenzecho-Ausgabe vom 3. März 1998, da steht lustigerweise nicht Grenzecho obendrauf, sondern Reiseecho. Das lese ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall geht es da um das Spiel Emmels gegen Honsfeld. Und da steht ziemlich am Anfang, Torschütze Frank Henkes, also Papa von Luca und Gian, erzielte hierbei das wohl schnellste Tor seiner Karriere. Auch nach diesem fulminanten Auftakt blieb Emmels am Drücker und ließ Honsfeld kaum aufkommen. Das war ein 3 zu 1 Sieg der RÖS Emmels und Frank Henkes hat effektiv nach 30 Sekunden eine, wie es hier steht, Pannenfolge innerhalb der HSV-Abwehr zur 1 zu 0 Führung genutzt. 30 Sekunden für ein Tor, Christoph, das ist nicht schlecht, ne? Ne, effektiv. Also vor allem damals gab es ja bestimmt auch noch keine Stoppuhr, wobei die in St. Fit, da sind zumindest keine Sekunden drauf angezeigt, so oder so. Dann musste ja der Reporter auch noch aktiv mit dem Chronometer, wie man so schön sagt, daneben gestanden haben. Genau, hatte wahrscheinlich nichts anderes zu tun, als 90 Minuten die Sekunden zu zählen. Ja und Frank Henkes hat dann effektiv auch unter anderem die Jugendtrainerarbeit bei der Sportgemeinschaft oder Jugendgemeinschaft Reso, Recht, Emmels, St. Viert, Uttler übernommen. Er hat einige der Spieler, die heutzutage in St. Viert, in Uttler spielen, trainiert als Jugendlicher, so damals, also als die dann Kinder waren, damals um die Jahrtausendwende rum, beziehungsweise kurz nach der Jahrtausendwende. Und tatsächlich, einige der Spieler, die damals so unter seinen Fittichen standen, die standen am Freitag auf dem Feld bei St. Viert gegen Uttler. Also da haben wir Ronny Reinhardt bei St. Viert, Alexandre Pesch bei St. Viert, der ja auch schon mal bei Uttler gespielt hat. Gian Henkes eben auch von seinem Papa trainiert. Luca Henkes ebenfalls, Jonathan Michael Ely, das sind schon einige. Fabian Ofels, Tobias Gräven noch dabei. Da schließen sich so einige Kreise. Und ich habe dann tatsächlich auf meiner Reise durch unser wildes Archiv auch eine Fotoserie gefunden, die das Grenzecho damals gestartet hat im Mai 2010, wo Vereine ihre Jugendabteilungen fotografieren konnten, ihre Jugendmannschaften. Und da stehen lustigerweise unten neben den Fotos oder unter den Fotos auch die Namen der Spieler. Und das finde ich ja total geil. Da siehst du so viele, die wir heutzutage Sonntag, Samstag, Freitag auf dem Platz sehen, die damals dann so, ja, was würdest du sagen, Christoph, anhand der Fotos 10, 11 Jahre sind. Ich meine, es war 2010 und wir haben hier eine Spielergemeinschaft FC Rocherath, FC Böllingen. Da ist zum Beispiel Loro Lambertz bei, den können wir da sehen. Und ich weiß, dass Loro Lambertz nur ein paar Wochen jünger ist als ich, also 97er. Deswegen war der da 13 Jahre alt. Sehr gut gerechnet. Oder unglaublich. Und da sind wirklich welche, Christoph, denen siehst du am Gesicht, an Eier stimmt. Das ist er. Ich finde zum Beispiel, hier ist Maxim Dittje von Rocherath. Das erkennst du sofort. Bei Loro habe ich zweimal hingucken müssen. Effektiv. Also das sind auch zwei der besten Beispiele dafür, wie unterschiedlich das dann sein kann. Wobei bei Loro, wenn man da länger drauf schaut, irgendwann sieht man die Gesichtszüge. Aber sie sind halt dann doch ein gutes Stück jünger. Ja, ich finde bei Maxim sind sie genau gleich wie heute. Ja, stimmt. Der ist einfach nicht älter geworden. Und neben Maxim steht Jonas Ganser. Da musste ich auch zweimal hinschauen. Ja. Ja. Alles klar. Und es geht natürlich hier nicht nur um Rocherath Böllingen. Es gibt mehrere Fotos auf einer Seite. Da gibt es auch zum Beispiel den KFC Amel, wo damals Carlos Dijardel mit auf dem Platz oder auf dem Foto ist. Dann haben wir Carlos Dijlons. Da kenne ich lustigerweise gar keinen vom Namen. Christoph, sagt dir da noch irgendwer was? Tatsächlich nicht ein einziger. Und dabei ist das noch so aus der Zeit, wo man den einen oder anderen kennen könnte. Noch aus gewissen Austauschprogrammen zwischen den Jugendmannschaften auch im Norden der DG. Ja, oder halt generell in Sachen Schule. Also jetzt würde ich behaupten, gibt es mehr Leute aus Lonsen, die mit uns auf der Schule waren, als aus Uttler oder Amel oder Rocherath. Definitiv. Aber von denen scheinbar niemand. Oder zumindest ist es eine Schande für uns, weil wir uns nicht daran erinnern. Das ist richtig. Aber hier ist eben halt auch ein Foto der Diabolotin B, der SG Rapid Uttler. Und da sehen wir eben auch Gian Henkes im zarten Alter von, Moment, er ist 2002er, also acht Jahren. Und da ist auch neben ihm dann sein Vater Frank Henkes, der dann Trainer ist. Also für alle, die mal auf diese Fotosuche gehen wollen, geht mal im Grenzecho-Archiv den Namen Frank Henkes ein. Denn das kommt relativ am Anfang, kommen so zwei Fotoseiten. Da ist auch einmal noch der FC Open bei, weil Rapid Uttler eben auf dieser Seite ist. KFC Weibot ist noch dabei mit Kapitän André Heck zum Beispiel, der ja nachher bei Bütchenbach gespielt hat. Gaetan Gladieu, den habe ich sofort erkannt. Der hat ja auch mit uns Abi gemacht. Ah ja. Also den erkennst du sofort, finde ich. André Heck tatsächlich auch. Luca Mertes, da habe ich noch ein paar Mal schauen müssen hier bei den Skolaire A. Doch, 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 den erkennt man aber auch sofort. Hat sogar fast dieselbe Frisur wie, also zumindest so zu Beginn der Zeit, wo ich ihn habe Fußballspielen sehen. Okay, also damals dann bei den Skolaire A des KFC Grünweiß-Armel, wo lustigerweise auch schon wieder Carlos Tüscher, der mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob er sich auf jedes Foto gemogelt hat. Und jetzt ohne mal auf die Namen zu schauen, Christoph, diesen einen hier. Das ist für euch, glaube ich, jetzt ziemlich cringe, weil ihr das Foto ja nicht seht. Aber wer ist das? Erkennst du den sofort? Ich muss zu meiner Scheine gestehen, nein. Tom Muckles. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Naja, das Ding, die sich sehen, halt nicht so oft ohne Zigarette in der Hand. Deswegen, aber, also selbst mit dem Wissen, dass es Tom ist, erkenne ich Tom da nicht. Ah doch, das wohl. Mit dem Wissen wohl, aber das ist auch das Übliche. Dann spielt einem das Hirn das auch mal gerne vor, weil dann erkennst du plötzlich Gesichtszüge, die du vorher offensichtlich nicht gesehen hast. Also dementsprechend ist dann immer die Frage, wie viel spielt dann das Wissen da auch ein bisschen selber mit eine Rolle. Aber da du dich ja sowieso manchmal mit Gesichtern schwer tust, will das ja nicht unbedingt was heißen. Ja, ich habe es mit Namen und Rückennummern wesentlich leichter als mit Gesichtern. So, jetzt kommen wir mal wieder auf Themen zu sprechen, wo ihr nicht da steht und denkt so, ja, ich sehe hier nichts, was soll das, worüber labern die. Wir kommen auf das andere Freitagsderby zu sprechen. Wallhorn gegen Eupen. Wir haben vor dieser Folge gesagt, wir wollen nicht mehr allzu sehr ins Spielgeschehen an sich reingehen, weil es halt in dem Moment, wo ihr das hört, mindestens fünf Tage her ist. Aber ein bisschen rekapitulieren möchte ich dann schon noch mal, was passiert ist, damit ihr das auch noch mal im Gesicht, äh im Gesicht, vor allem im Gedächtnis habt. Wallhorn hat gegen Eupen mit 4-3 gewonnen nach einem Superspiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Wallhorn stand zur Pause schon 2-0 in Führung, einmal ein Freistoß von Chris Klöcker, einmal ein Steckpass von Philipp Kessler, der Dylan Van Aschen findet und der den Ball dann vor der Pause noch zum 2-0 einschiebt. Und nach der Pause, da ging es dann teilweise rauf und runter mit fünf Toren innerhalb von 20 Minuten. 2-1 durch Pascal Nzusi, dann 3-1, wieder Dylan Van Aschen als Außenverteidiger und Doppelpack, das hat man auch nicht allzu lange. 3-2 durch Luca Van Kranenbruck und dann 3-3 tatsächlich Pascal Nzusi schafft den Ausgleich für den FC, der dann wieder einmal Comeback-Qualitäten beweist. Allerdings nur für 30 Sekunden, denn dann gab es einen Elfmeter für Wallhorn, den dann natürlich Djanan Muzovic verwandelt. Der Kapitän ist ja der Mann für die Elfmeter bei Wallhorn, ist auch nicht sein einziger in dieser Saison, den er schon verwandelt hat und das war auch gewohnt, sicher der Fall. Und somit gewannen die Uni und Wallhorn eben mit 4-3. Verdient? Ja, das ist jetzt ein großes Wort. Also, ich fand Eupen in der ersten Halbzeit, eigentlich so wie damals in Uttler, nicht zwei Tore zu schlecht. Damals in Uttler waren es ja sogar vier Tore, was absolut übertrieben war, gemessen an den Spielanteilen. Das Problem bei Eupen in der ersten Halbzeit war einfach nur, dass sie einige Chancen nicht genutzt haben, wobei das auch bei Wallhorn der Fall war. Das wollen wir gar nicht bestreiten. Bei Wallhorn war zum Beispiel auch ein Abseits-Tor von Damon Willems, das aberkannt wurde halt wegen Abseits. Das Fatale bei Eupen waren dann halt die Minuten 20 bis 35, wo sie zwei Tore kassieren und wo vor allem auch Raphael Ruell vorletzt vom Platz musste. Der hatte einen Zwickeln am Oberschenkel gespürt und Raphael ist natürlich dann so das Metronom im defensiven Mittelfeld. Da geht schon ordentlich Stabilität verloren. Und von diesen Szenen, gerade von dem 1-0 und direkt danach der Verletzung von Raphael, hat sich Eupen echt, echt lange, lange erholen müssen. Und in diese Phase fiel dann auch das 2-0 rein. Und bis zur Pause war wirklich bei Eupen so, dann hatte ich das Gefühl, dass sie einfach diese Pause benötigten. Und die hat ihnen dann ja auch offensichtlich geholfen, 10 Minuten dann nach dem Wiederanpfiff, ich suche dir jetzt das richtige Wort, aber 10 Minuten nach dem Pausenfiff hätten sie nicht treffen können. Das ist richtig. Aber 10 Minuten nach dem Wiederanpfiff dann eben der Anschlusstreffer und dann doch wieder ein Nackenschlag. Und was ist denn mit Eupen B. los, wenn man das so ausdrücken kann, dass sie dann doch wieder zurückkommen? Ja, das ist es. Also die Moral ist intakt. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema, das wir schon so oft angesprochen haben hier, was der Unterschied ist zwischen zwei Mannschaften, wo die eine damit rechnet, im Abstiegskampf zu stehen und die andere überraschend dastehen und eigentlich für höhere Gefilde in der Tabelle bestimmt ist. Und Eupen fällt halt in die erste Kategorie. Die haben gesagt, es geht einzig und allein um den Klassenerhalt in dieser Saison. Und vielleicht spielt das eben auch im Kopf dann eine Rolle, dass du das besser annehmen kannst, dass du halt eben in den meisten Spielen zurückliegst, gerade auch, wenn der Gegner Union Wallhorn heißt, was ja wiederum eher um den Aufstieg mitspielen wird in dieser Saison, dass du dann wahrscheinlich eher mit Rückschlägen umgehen kannst. Und auf der anderen Seite, ganz klar, wenn du ein 4 zu 0 kassierst bei Rapid Uttler und dann ein 2 zu 0 kassierst bei der Union Wallhorn und in den beiden Fällen nach der Pause nochmal zurückkommst, was bei Uttler ja dann wirklich nochmal, wie soll ich sagen, absoluter Highscore war. Also nach einem 0 zu 4 zurückzukommen, da muss man schon sagen, Respekt FC Eupen B. Aber auch bei Wallhorn war es natürlich dann der Fall, dass Eupen dann ziemlich schnell das 1 zu 2 gemacht hat, aber wie du sagst, dann direkt den nächsten Nackenschlag kassiert hat mit dem 1 zu 3 und trotzdem wieder zurückgekommen ist. Also auch wenn es gerade in Sachen Tore schießen und auch in Sachen Tore vermeiden einige Defizite bei Eupen gibt, die Moral kann man der Truppe von Seko Bibulczka auf keinen Fall absprechen. Jetzt fehlen ja trotzdem die Punkte, so klar muss man es dann ja doch ausdrücken. Glaubst du denn, dass sie mit der Moral irgendwann eben auch schaffen werden, so Big Points einzusammeln, weil ein Punkt hier und da ist ja dann doch leider zu wenig, weil wir doch schon ziemlich weit in der Saison sind? Ja, das ist korrekt. Da möchte ich eigentlich das wiederholen, was ich letzte Woche auch gesagt habe, dass halt keine der Mannschaften da unten Big Points landet oder zuverlässig und regelmäßig irgendwelche Punkte überhaupt sammelt. Das ist ja im Prinzip gefühlt seit sechs, sieben Wochen dieselbe Situation da, also neun Punkte, acht Punkte, acht Punkte bei Homburg, Lonsen und Eupen und Goet folgt dann irgendwie so die Punkten halt hier und da mal, aber gewinnen halt auch einfach nicht. Die warten immer noch auf den ersten Sieg, haben nur zwei Punkte auf dem Konto. Das ist natürlich ein Vorteil für Eupen, dass die anderen Mannschaften da auch nicht wirklich wegkommen. Sarles Pabé hat am Wochenende auch wieder verloren, das heißt der Abstand zum Mittelfeld ist auch nicht wirklich gewachsen, was wiederum gut ist für Eupen. Auf der anderen Seite natürlich, irgendwann musst du die Moral dann halt auch mal in Punkte ummünzen, das ist klar. Also wir können jetzt nicht hier Anfang April immer noch hier sitzen und Eupen steht immer noch an vorletzter Stelle und wir sagen, ja, ja, mit deren Moral, das wird noch klappen, das wird noch klappen. Nee, nee, irgendwann müssen da die Punkte auch kommen. Siehst du sie denn auch kommen? Das ist ja eher die Frage, die ich dir stelle. Ich glaube, das ist eher eine Frage für in ein paar Minuten, wenn wir zum Tippspiel kommen, denn Eupen spielt ja gegen Elsenborn am Wochenende und da gibt es einiges zu zu sagen und zu schreiben. Da möchte ich aber nicht zu sehr spoilern, sondern das ist eher eine Sache fürs Tippspiel. Was hast du denn noch zu dem Spiel, das du letzten Freitag gesehen hast, zu erzählen oder eher zum Drumherum? Wir wollen ja nicht ganz so sehr aufs Spiel selber eingehen. Naja, dass die Stimmung jetzt nicht so bombastisch war wie bei St. Vitt gegen Uttler, einfach aus dem Grund, dass auch nicht mal die Hälfte der Zuschauer da waren. Also statt 500 Zuschauer an der Rotterstraße oder anders gesagt, statt 500 Zuschauer an der Rott waren es an der Rotsch, nur so knapp 150. Das war nicht schlecht, oder? Sehr stark. Der ist mir reüssiert, wie unser Kollege Arndt Zeigler sagen würde. Ja, was gibt es sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Also natürlich ist es für Olpen richtig scheiße in dem Sinne, dass Raphael Rüel jetzt fehlt. Wobei ich nicht genau weiß, wie lange er fehlt oder ob er am Wochenende schon wieder spielen kann. Fakt ist, er konnte kaum auftreten auf seinem Weg vom Spielfeld runter. Und bei Valhorn ist natürlich auch die Sache, sie machen viele Tore, sie kassieren viele Tore. Da sind wir bei St. Vitt und Uttler damals auch schon an der richtigen Stelle gewesen. Auf was sie sich natürlich immer wieder verlassen können in Valhorn, sind die Elfmeter von Jernan Musovic. Ja, und insgesamt eben die geschossenen Tore, mit 43 Toren stehen sie da ganz vorne, wenn es nur um die geschossenen Tore geht. Ja, defensiv sieht das dann wieder ein ganzes Stück anders aus. Und oft sagt man ja so schön, Tore gewinnen dir Spiele und die Defensive dir die Meisterschaft. Ist das deiner Meinung nach auch der Hauptgrund, wieso es dann doch schon acht Punkte auf Platz eins sind? Ja, das finde ich schon, vor allem wenn du siehst, wie die Defensivquoten der oberen Mannschaften sind. Also Hofre hat erst elf Tore kassiert. Wer ist Nummer zwei? Den Namen sagst du? Genau, die Turkania, Wallonia, Weißmus, Femmerwil, nur neun. Nur neun Tore und das ist, also elf und neun sind mit Abstand der Bestwert der gesamten Liga. Zum Vergleich, Valhorn, wie du gerade gesagt hast, das sind schon 26. Und klar, wenn du das dann nach dieser Statistik nimmst, dann ist diese Philosophie, für die du ungefähr zehn Euro ins Phrasenschwein werfen musst, absolut korrekt. Also im Vergleich zum anderen Derby am Freitagabend wenig neben dem Feld los, dafür viel auf dem Feld los. Schön gesagt. Das ist die perfekte Überleitung für den Samstag, zumindest für mein Spiel, dann eben in der D2-Amateure. Und da traf Kämis auf Akre-Lessin. Akre. Akre. Akre, okay. Ja, da gehen wir mal so ein bisschen in die Wortherkunft, denn da stand ich am Sonntag beim Chefredakteur vom WRF im Büro und der ist ja auch schon derjenige, der für uns in Mextevor-Virtor angerufen hat und uns diese Info besorgt hat. Ja, und der stellte sich dann eben auch die Frage, wie wird denn Akre geschrieben Akren-Lessin ausgesprochen? Und es ist Akre und er vermutet, das liegt relativ nah an der flämischen Grenze, dass es tatsächlich von 2 Akren kommt, also 2 Sakre, 2 Acker und dementsprechend eben der geschriebene Name noch der flämische ist, aber es wird eben, zumindest die RTBF nennt den Verein 2 Sakre, also dementsprechend Akre-Lessin. Nicht schlecht. Jetzt würde ich behaupten, ich kenne ja den Kunstrasen bei der Union Kelmis, das ist kein Acker. Nee, absolut nicht. Also hat sich Akre da nicht heimisch gefühlt? Nee, offensichtlich nicht. Also die haben sich sehr schwer getan, jetzt nicht unbedingt fußballerisch und auch nicht unbedingt, um selber etwas zu kreieren, das sah ganz gut aus für dann doch einen Kellerkind der D2-Amateure, aber sie haben bewiesen, wie man gegen Kelmis nicht spielen sollte und das hat vor allem einen Hauptgrund, eine ziemlich misslungene Abseitsfalle und zwar mehrfach. Ah, deshalb die ganzen Lupfer, die du mir beschrieben hast, oder? Ja, genau. Es waren jeweils Bälle in den Rücken der Abwehr und am flagrantesten war es beim 1 zu 0. Zur Pause stand es ja schon 2 zu 0 mit zwei Lupferten dann dementsprechend und das 1 zu 0. Da war William Mouklet quasi ab Ausgang des Mittelkreises komplett allein unterwegs auf den Torwart, lupfte den Ball dann über den Torwart und hatte noch genug Platz, um ihn dann noch selber zu verwerten. Ja, und da guckte sich effektiv die ganze Abwehr an, war auch stinksauer auf den Linienrichter, war meiner Meinung nach auch kein Abseits. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob William da nicht sogar aus der eigenen Hälfte kam, aber auf jeden Fall, ja gut, in der D3, aber auch in der D2, hast du eben den Luxus, mit Linienrichtern zu arbeiten und denen muss man dann da auch ein bisschen vertrauen. Und ja, beim 2 zu 0 war es dann ähnlich, nur dass da dann effektiv der Lupfer dann schon im Strafraum selber gespielt wurde, auch wieder ein Ball in den Rücken der Abwehr und da war es Hugo Gilor, der den Ball dann wunderschön ins lange Eck versenkte. Also Kelm ist sogar in Zauberlaune. Ja, wobei sie in den ersten Minuten des Spiels ihre Torchancen nicht nutzten und erst danach dann jede starke Phase des eigenen Spiels nutzten. und ein bisschen Glück hatten, dass Akrylesin kurz vor der Pause nicht noch den Anschlusstreffer oder sogar noch den Ausgleich erzielte. Da sahst du dann wieder mal der Gästemannschaft an, dass die eben ein bisschen weiter unten in der Tabelle stehen und ja dementsprechend nicht so ganz das Selbstvertrauen vor dem Tor haben. Und man muss auch wieder einmal sagen, Maxime Mignon, der absolute Top-Transfer für mich in allen regionalen Amateurmannschaften. Der Torwart der Union, Kelmes, der halt eben auch die Null gehalten hat. Der Kasten ist sauber geblieben, denn Kelmes hat nach den beiden Toren in der ersten Halbzeit noch drei Folgen lassen und mit 5 zu 0 gewonnen. Auch ein Score, der für dich in der Höhe verdient ist? In der Höhe vielleicht etwas zu hoch, das muss man wohl sagen. Also mindestens einen Treffer hätten sich die Gäste verdient gehabt, haben dann eben oft falsche Entscheidungen getroffen. Und auf der anderen Seite sind die Tore dann auch teilweise zu einfach gefallen. Also symptomatisch dafür waren das 4 und das 5 zu 0, wo beide Male der Torhüter von Akrylissin, der übrigens taubstumm ist. Ah echt? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Auf jeden Fall, wo er dann beide Male nicht sonderlich gut aussah. Es waren zwei Freistöße von einer halblinken Position, zweimal Bastian Hungs. Wir wissen ja alle, wie der draufzimmern kann. Die kamen beide flach aufs lange Eck und den ersten lenkt dann den Torhüter noch an den Pfosten ab und den Abpraller, den verwertet dann kurz Herr Hübert. Und der zweite ging exakt in dieselbe Ecke und diesmal macht er noch den Schritt auf die andere Seite und kommt gar nicht mehr hin und dann senkte sich der Ball eben direkt ins Tor. Und ja, das war dann doch ein bisschen symptomatisch dafür, dass das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch war. Jetzt hast du mich natürlich, jetzt hast mein Interesse geweckt. Wie kommuniziert denn der Torhüter mit seinen Mannen? Ist das einfach nur gestig und sie schauen halt öfter zu ihm hin als bei einem Torwart, der sich halt auch sprachlich bemerkbar machen kann? Nee, er macht sich schon stimmlich bemerkbar. Also er hört offensichtlich nicht, aber das heißt ja nicht, dass er keine Stimmbänder hat. Also dementsprechend, die hat er. Es klingt halt ein bisschen komisch. Also da setzte er auch mal hier, mal da ein Zuschauer aus dem Publikum an, sich drüber lustig zu machen, ehe der Linienrichter sich zu ihnen drehte und dann eben auch meinte, hör mal der ist. Und dann war wohl auch Ruhe auf den Rängen, weil ich merkte das auch erst so Mitte der ersten Halbzeit. Ich dachte mir, wer schreit hier so? Weil es hört sich halt ein bisschen komisch an. Wer schon mal eine taubstumme Person gehört hat, der weiß, dass sich das halt ein bisschen komisch anhört, weil die eben auch keinen Vergleichswert haben und auch nicht wissen, wie das normal wäre. Und das hörte sich so ein bisschen an, als ob er auch zum Teil über so eine Art Morse-Code kommunizieren würde. Also dass er quasi dann eben zwei Schreie bedeuten, was weiß ich, breit machen etc. Oder er machte einfach auf sich aufmerksam und breitete dann die Arme aus, um zu fragen, dass breit gemacht wird. Oder die üblichen Bewegungen, die Toyota ja dann doch meistens haben, wie beispielsweise eben auch in einem großen Fußballstadion, wo man den Toyota auch einfach nicht übers halbe Feld hört. Und das funktionierte eigentlich kommunikativ sehr gut, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall nicht das Hauptproblem. Finde ich mega beeindruckend. Ja, ich habe dann auch Anfang der zweiten Halbzeit den Namen gegoogelt, weil ich mir einfach die Frage stellte, weil ich dachte zuerst, er wäre vielleicht heiser oder so. Da hast du ja auch manchmal, dass dann ein Torhüter ein bisschen komisch klingen, weil sie, keine Ahnung, am Vorabend Party gemacht haben oder so. Und dann sage ich auch, dass er effektiv bei der Taubstummen-Fußball-WM war. Oder Tauben-Fußball-WM. Er ist ein Franzose. Okay. Also ja, effektiv super interessant. Also das wäre auch ein total interessantes Thema gewesen, ihn zu interviewen. Aber das Problem ist offensichtlich, würde ich behaupten. Also es wäre wahrscheinlich machbar, dann macht man halt ein schriftliches Interview mit ihm oder so. Aber gut, so wäre es für mich super schwierig gewesen, da irgendwie in Kommunikation zu treten. Grund mehr, sich vielleicht mal mit Zeichensprache auseinanderzusetzen. Ich muss gestehen, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt. Das Schwierige bei Zeichensprache ist ja, dass das tatsächlich auch noch sprachspezifisch ist. Also es ist nicht eine universelle Zeichensprache, sondern je nach Muttersprache, aus der das entstanden ist, ist es nicht dasselbe. Also dementsprechend, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil das wäre eigentlich ganz cool, wenn das so universell wäre. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, so insgesamt untereinander ein bisschen besser kommunizieren zu können mit Leuten, die dann nicht deine Sprache sprechen. Ja, weil wie gesagt, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir diese Sprache mal anzueignen oder zumindest ein Grundverständnis anzueignen, weil es kommt davon, dass ich ein großer Fan der Netflix-Serie Dark bin. Und da ist ein kleines Mädchen, das eben taubstumm ist und das dann auch so kommuniziert mit Zeichensprache. Und da habe ich auch schon gedacht, das wäre eigentlich ganz geil, sich das mal anzueignen und die Serie dann noch mal zu schauen und das quasi schon ohne Untertitel zu verstehen. Ich würde sagen, wir schließen dieses Kapitel mal. Ja, absolut. Auf jeden Fall super interessant. Cool, dass du das erzählt hast. Gibt es denn sonst noch irgendwas zu erzählen von Kelmis gegen Akra? Ja, ich würde vor allem sagen, es gibt zu erzählen, dass die Union und Kelmis jetzt auf Platz 5 in der D2 steht und zwar ein bisschen gesicherter, als es vorher der Fall war, denn inzwischen sind es ganze drei Punkte Vorsprung auf Platz 10. Ja, also das ist super, Engleim-Tamellen-Mittelfeld, aber vor allem haben sie es jetzt endlich mal geschafft, ihr Torverhältnis nicht nur positiv zu gestalten, sondern auch mal ein bisschen solider positiv zu gestalten, weil bisher waren es ja immer knappe Siege für Kelmis und diesmal eben ein ganz deutlicher Sieg. Und es war auch insgesamt viel im Spiel dabei, was Trainer Alex Hortrodi Gregorio in den letzten Wochen hier und da vermisst hatte. Und Platz 5 steht der Union und Kelmis ja ziemlich gut, wie wir seit der letzten Saison wissen. Und apropos letzte Saison, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass die Union und Kelmis bei einem gewissen RFC Raren Einarten zu Gast war, dort relativ überraschend mit 2 zu 0 gewonnen hat als frischgebackener Aufsteiger aus der ersten Provinzklasse. Und das wiederum war für Raren Einarten ein richtiger Warnschuss, bis dahin lief es ja noch nicht so wirklich gut. Fortan hat Raren dann aber 14 Spiele in Folge nicht gewonnen, äh nicht verloren, klassischer falscher Versprecher, nicht verloren natürlich. Natürlich hat sich damit dann im Endeffekt auch in die Endrunde reingearbeitet, wo dann wiederum gegen die Union und Kelmis eben Endstation war im Finale. Mittlerweile ist Raren wieder auf bestem Wege, es erneut in die Endrunde zu schaffen, war vor diesem Wochenende Tabellenzweiter der dritten Division Amateure und war zu Gast bei der Royal Union Utoise auf Rang 1. ein Spitzenspiel auf dem Papier. Nur auf dem Papier? Das hört sich jetzt fast schon an, als ob du andeuten würdest, dass das Spiel seinem Ruf oder seinem Versprechen nicht ganz gerecht werden konnte. Jein. Also spielerisch gesehen fand ich es in der ersten Halbzeit sehr interessant, gerade in dem Sinne, als dass es unfassbar wenige Unterbrechungen gab. Also Freistöße kaum, Bälle, die ins Ausgingen, ja okay, das lässt sich nicht vermeiden, aber es gab sehr wenige Unterbrechungen an und für sich. Beide Mannschaften haben den Ball ziemlich gut rollen lassen, auch wenn ich sagen muss, dass mir bei Wee, abgesehen von den ersten zehn Minuten, wo ich dachte, die überrennen Raren jetzt, aber danach fand ich, war bei Wee auch sehr viel Zufall dabei. Es waren teilweise vogelwilde Phasen, wo der Ball von einer Seite zur anderen flipperte, ohne dass irgendeine Mannschaft so eine richtige Kontrolle dahinter bekam, aber ich fand eigentlich bis auf die ersten zehn Minuten, dass die Kontrolle im Endeffekt doch mehr bei Raren Einheiten war, als bei Wee, obwohl das Spiel eben in Wee beziehungsweise in Solier stattgefunden hat, auf einem sehr mit Laub bedecktem Platz, also das habe ich auch noch nicht gesehen, das war eher ein Spielplatz als ein Fußballplatz. Auf der anderen Seite war es eben kein Topspiel, weil zu einem Topspiel für mich dann auch gehört, dass es Torchancen gibt. Und wenn wir über ein 5-0 von Kelmis sprechen, dann muss ich sagen, für ein 5-0, da gab es noch nicht mal insgesamt die Torchancen bei Wee gegen Raren. Und das war dann der Part, wo ich dann sage, nein, es war kein Topspiel. Okay, jetzt dann auch so ein bisschen frustrierend aus Reportersicht, vor allem wenn man bis Wee gefahren ist. Bis Solier. Ja, das gibt sich da nicht mehr so viel. Ja, das ist schon korrekt. Auf der anderen Seite war halt effektiv die Frage, welche Statistik gewinnt die Oberhand? Weißt du, Raren war mit der besten Abwehr nach Wee gefahren, die die zweitbeste Abwehr stellten, und Raren ist mit der besten Offensive nach Wee gefahren, wo die zweitbeste Offensive der Liga auftritt. Also deswegen war die Frage, ja, brillieren jetzt die beiden Offensivreihen und wir sehen hier ein 5-5, oder geht das Spiel an die beiden Abwehrreihen und wir sehen ein 0-0 oder in dem Falle eben ein 1-0, weil Fall Nummer 2 eben eingetreten ist. Das Spiel hat sich sehr stark zwischen den beiden Strafräumen abgespielt. Es gab kaum Offensivszenen, also in der ersten Halbzeit waren die gefährlichsten Szenen eigentlich welche nach Freistößen. So ist auch das 1-0 gefallen. Nach fünf Minuten ein Freistoß, Kopfballtor, ganz einfache Fußballweisheit. Da ist Pianetti im Strafraum am höchsten gestiegen, hat dann das 1-0 für Wee erzielt. Ein paar Minuten später gab es einen weiteren Freistoß und da wusstest du alles klar, bei Wee darfst du wirklich keine ruhenden Bälle zulassen. Das ist auch was, das Rarens Trainer Eric van der Waal vorher angesprochen hat. Wir dürfen das absolut nicht riskieren, denen zu viele Freistöße zu geben. Hat jetzt nur bedingt funktioniert. Ich meine, dass es nicht nur wegen des einen Freistoßes, wo dann eben das 1-0 gefallen ist, sondern weil es halt eben über das ganze Spiel gesehen, glaube ich, vier, fünf Freistöße von Wee gab, die auch alle einigermaßen gefährlich waren. Und die erste richtige Chance für Raren gab es dann in der 24. Eine Chance von Denis Poussel nach so einem kleinen Sololauf durch die Mitte von Céric Laschet. Und danach gab es nur noch einen Freistoß kurz vor der Pause. Wo, ja, jetzt bin ich überfragt, welcher Rarener war das nochmal? Weil die Sicht war uns allen versperrt. Nicht mal Eric van der Waal konnte uns beantworten, welcher Rarener da gerade zum Kopfball kam. Ich meine, es wäre Fabrice Stoffels gewesen. Ich möchte aber wirklich nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber das war es dann effektiver schon mit der ersten Halbzeit. Und die zweite war jetzt auch nicht wirklich viel besser. Ist das so üblich, das Spiel, was so für Taktik-Fanatiker richtig interessant war, aber das dann auch die Einzigen sind, die sich darüber freuen? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich glaube, du hättest da wesentlich mehr Spaß gehabt als ich, weil du ja so ein kleiner Taktik-Mensch bist. Ich sehe ja Spiele immer anders. Ich habe mir ja irgendwann abgewöhnt, Spiele aus taktischer Sicht zu bewerten oder aus dem Faktor, ob es ein schönes Spiel ist, ein ansehnliches Spiel. Weil ich glaube, wenn du mit der Einstellung jeden Sonntag zu einem Spiel fährst, dann hältst du es keine acht Jahre in der dritten Provinzklasse durch. Da wirst du irgendwann depressiv. Deswegen gehe ich ja mittlerweile mehr auf so Hintergrund-Stories, wie dann eben, was wir bei St. Vett gegen Udler angesprochen haben mit der Familie Henkes. Sowas finde ich dann wesentlich interessanter, als zu sagen, das Spiel war super, weil, keine Ahnung, bei einer Mannschaft die Doppel-Sechs wunderbar harmoniert hat, bei der anderen die falsche Neun. Das hat auch in so einer Zeitung eigentlich wenig Platz, weil wir ja nicht darüber sprechen, wie die Mannschaften taktisch brilliert haben, sondern da geht es halt eben auch um die Randgeschichten. Dementsprechend glaube ich, hättest du bei diesem Spiel V gegen Raren mehr Spaß gehabt als ich. Wobei ich natürlich nicht verschweigen möchte, dass Raren in der zweiten Halbzeit durchaus die Chancen hatte, den Ausgleich zu erzielen. Ein Punkt wäre im Endeffekt auch verdient gewesen. Die gefährlichsten Männer bei Raren einheiten waren allerdings nicht, jetzt etwa Mauro Lopresti, Sirik Laschet, die da vorne mitspielen, Christopher N. Giambila, der nachher reinkam, wobei ihm natürlich nur so ein paar Minuten blieben, also dem will ich da jetzt keine Schuld zuschieben. Die gefährlichsten Leute hießen tatsächlich Florio Tönnies mit Flanken, Romer Bernach mit einigen Volley-Schüssen und Tom Di Nicola mit einem Pfostenschuss, mit einer Flanke, die, ja, ob sie jetzt dafür gedacht war, direkt aufs Tor zu gehen, lasse ich jetzt mal außen vor. Fakt ist aber, sie endete am Pfosten. Und das sind ja eigentlich alles drei Spieler, die entweder außen spielen oder halt wie Romer Bernach in der Verteidigung und die jetzt nicht bei jeder einzelnen Offensivaktion vorne mit dabei sind. Vor allem die jetzt auch nicht wirklich als die Torjäger im engeren Sinne in Erscheinung treten bei Raren. Ja, wahrscheinlich einfach das Übergewicht, was du dann gegen einen stabil stehenden Gegner brauchst und das dann eben auch geschafft. Dann einfach nur die Chancenverwertung an diesem Samstagabend, ich muss dich kurz nachdenken, an diesem Samstagabend, der die Raren gefehlt hat. Aber glaubst du, auf eine ganze Saison gesehen, sind das auch die zwei Mannschaften, die den Titel unter sich ausmachen? Da muss man ja dazu sagen, dass aktuell EOI jetzt zwischen den beiden steht. Genau, weil EOI hat Kapital daraus geschlagen, dass Raren Einarten eben nicht gepunktet hat, hat selber gewonnen gegen Wareham und ist jetzt dementsprechend drei Punkte vor Raren Einarten, aber halt auch schon vier Punkte hinter der Royal Union Hüttoise, die sich jetzt an der Spitze zumindest von Raren Einarten abgesetzt hat mit sieben Punkten Abstand. Auf der anderen Seite hast du auf Platz vier dann Haberla Neuf, die nur noch einen Punkt von Raren entfernt sind, die aus Rarener Sicht Gott sei Dank verloren haben, sonst wäre Raren nämlich sogar vierter mittlerweile. Ich würde schon behaupten, dass WI der große Favorit ist und auch mit diesem Sieg das Ganze zementiert hat, auch wenn Eric Vanneborg mehrfach präzisiert hat im Interview, dass dieses Spiel absolut nicht entscheidend war für die Saison. Ich meine, es bleiben auch noch 18 Spiele, da kann alles noch passieren. Trotzdem fand ich WI einfach, also anders gesagt, sie haben mich nicht beeindruckt, aber sie haben mich überzeugt als Spitzenmannschaft, weil in so einen Spielen musst du dann halt eben auch dieses entscheidende Tor mehr machen oder überhaupt dieses eine Tor machen. Und das hat halt die Mannschaft gehabt, die auf Platz eins steht und deswegen auch gerade von Dieter auf Platz eins steht. So ein Spiel gewinnst du, wenn du eine Spitzenmannschaft bist. Stichwort abgezockt. Ja, absolut. Abgezockt. Ein super Wort dafür, genau. Und wenn du diese Abgezocktheit hast in deiner Mannschaft, in deinem Kader, dann hast du eigentlich alles in der Hand, um diese Meisterschaft auf Rang eins zu beenden. Also ohne beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen, auf den Fuß treten zu wollen. Ich glaube, auf Platz eins wird weder der Honsfelder SV noch die RÖS Emels am Ende dieser Saison in der P2C stehen. Aber dafür hat Honsfeld zumindest letztes Jahr auf dem ersten Tabellenplatz in der P3 gestanden. Und die haben dann eben am Sonntag gegeneinander gespielt. Und das war, du magst ja immer so sehr die Geschichten neben dem Platz. Da musste ja das Duell der beiden Pascals ziemlich gut gefallen haben. Richtig. Pascal Joost gegen Pascal Otten, Trainer Honsfeld gegen Trainer beziehungsweise Interimstrainer der RÖS Emels. Das ist Pascal Otten nämlich jetzt seit dieser Woche, beziehungsweise seit letzter Woche. Er hat ja zum ersten Mal jetzt ein Spiel geleitet als Interimstrainer in Emels nach dem Rücktritt von Thierry Bury als Trainer. Da ist ja eigentlich die offensichtliche Frage, Christoph, als jemand, der Emels in den vergangenen Wochen sehr oft gesehen hat, nämlich gegen Walwatz, gegen Rocherath und jetzt gegen Honsfeld. Ist dir die Mannschaft irgendwie verändert vorgekommen? Und das meine ich jetzt nicht nur aus personellen und taktischen Gründen, sondern auch aus Motivationsgründen, weil das ja einer der Gründe war, warum Thierry Bury gesagt hat, ich kann hier nicht mehr weiterarbeiten, weil mir einfach die Einstellung fehlt. Also die Einstellung war in den ersten Minuten auf jeden Fall da, wo sie sein sollte. Also personell ist natürlich das eine große Thema dann die Abwesenheit von Ismail Aksu, der aber eben dem klaren Credo des Trainers zum Opfer gefallen ist, wer nicht trainiert spielt auch nicht. Also Trainer Pascal Otten. Genau, ja. Und ja, dementsprechend der war nicht da, aber das merkte man in den ersten Minuten bei Emels gar nicht, weil sie mal ein bisschen klarer waren in ihren Aktionen, relativ schnell den Weg nach vorne gesucht haben, da dann nicht die ganz gefährlichen Abschlüsse gesucht haben, aber wenigstens mal die Abschlüsse gesucht haben. Das haben wir beide ja in Rocherath gesehen, dass das nicht immer der Fall war. Und da hätten sie auch gut und gerne mit der einen oder anderen etwas besseren Entscheidungen vielleicht sogar treffen können. Danach wurde es dann schwieriger, das muss man ganz ehrlich sagen, weil Honsfeld einen richtig guten Tag erwischte, defensiv dann eben stabil stand. Da hat mich Pascal Just auch nach dem Spiel nochmal zurecht belehrt, dass ja die Defensive in Honsfeld keineswegs das Problem ist, sondern eher eben offensiv, sich erstmal die Chancen zu kreieren und sie dann auch zu nutzen. Ja, und zumindest das hat auf Honsfelder Seite richtig gut funktioniert. Und da muss man in der ersten Halbzeit Jeffrey Bormann hervorheben, der zweimal nach hohem Ballgewinn beziehungsweise, ja doch mit, wie nannte es Pascal Just mit Willensleistungen, dann alleine vor dem gegnerischen Torhüter auftauchte und da eben auch die Ruhe und die Übersicht hatte, um überlegt einzuschieben und dann eben auch seine Mannschaft mit 2 zu 0 in die Pause zu schicken. Erster Nackenschlag für Emmels, die sich kurz vor der Pause nochmal berappelten, da dann auch mal gute Torschossen hatten. Aber wie ist es, wenn du unten in der Tabelle stehst? Hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Genau, da ging keiner von rein, also dementsprechend 2 zu 0 für Honsfelder zur Pause. Ja, und wenn du sagst, das Manko der Honsfelder bisher war die Offensive, dann gibt der Spielplan oder die Resultate dir natürlich recht. Also Honsfeld hat bisher zweimal in dieser Saison drei Tore in einem Spiel gemacht, beim 3-1-Sieg gegen Hores am ersten Spieltag und beim 3 zu 2 in Hösi Anfang September. Ansonsten waren es immer nur maximal zwei Tore, bis halt jetzt gegen Emmels, denn da sind nach der Pause noch zwei weitere gefallen durch Medi Benzelam, ein weiterer Doppelpack nach dem von Jeffrey Bormann. Und somit hat Honsfeld zum ersten Mal in dieser Saison am 14. Spieltag vier Tore geschossen in einem Spiel. Ja, und da muss man auch zu sagen, dass sie tatsächlich noch mehr Tore hätten schießen können. Also kurz nach der Pause war es Medi Benzelam, der eigentlich das Spiel schon entschied. Das Tor dann eben noch aus dem Spiel heraus. Wieder einmal eine gute Szene vorne, schön rausgespielt, eine schöne Überlagerung. Die Räume, die Emmels dann eben auch anbot, genutzt. Das vierte Tor war dann ein Elfmeter und Medi Benzelam hat danach noch einen Elfmeter verschossen. Das war kurz vor Schluss. Also da hätte es dann auch gut und gerne dann 5 einstehen können. Was für Emmels aber spricht, die dann doch hier und da große Lücken, vor allem dann eben auch in der Rückwärtsbewegung hatten. Aber nach dem 4 zu 0 haben die sich direkt berappelt. Armin Gulak hat dann zum 4 zu 1 getroffen und auch danach hatte die RÖS noch ein, zwei gute Torchancen. Die hätten das Spiel nicht mehr gedreht, aber zumindest zeigten sie da noch den Willen, dann eben offensiv was zu probieren. Und vielleicht war es dann eben auch der Druck, der so ein bisschen abgefallen ist, wenn du sowieso weißt, okay, das Spiel ist jetzt gelaufen. Wir probieren doch irgendwas zu zeigen, der da geholfen hat. Wenn sie das mal schaffen, eben beim Stand von 0-0 so zu spielen, dann kann es dann auf jeden Fall interessanter werden. Wobei sie das dann defensiv nicht so machen dürfen, wie sie es gemacht haben. Denn da hat Kevin Parmottier 2-3 Mal in allerhöchster Not retten müssen. Er hatte dann Pech, dass der Unpartei nicht unbedingt sein größter Freund war. Denn er hat ihm erst eine gelbe Karte für fast schon eine Notbremse in der Rückwärtsbewegung kurz vor dem 16er gezeigt, wo er aus meiner Sicht deutlich den Ball gespielt hat. Und der zweite Elfmeter, den verursachte dann eben auch Kevin Parmottier mit einem Ball, den er auch wegspitzelte. Also da schauten Robin Kolaris, der fürs Grenzecho da war, und ich uns an. Und wir verstanden dann die Welt auch nicht mehr. Er spielte zweimal, es waren Hochrisiko-Tacklings, aber die waren so sauber, so schön gespielt. Und als alter Defensivspieler hat man da einfach Spaß dran in so Tacklings. Und dann kann man auch die Wut verstehen, die dann eben ein Kevin Parmottier fühlte, weil er da jeweils abgefiffen wurde. Und dementsprechend, er hatte noch Glück, dass er da nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Weil, ja, das war ja schon vorher der Fall, beim ersten Elfmeter. Da gab es nämlich kurz danach nochmal einen Foul von, das muss ich jetzt nachgucken, Ruhmanns war das normalerweise, genau. Der dann eben Gelb-Rot sah, und das muss man auch noch dazu sagen. Emels war dann eben auch noch einen guten Teil der zweiten Halbzeit, nur noch zu zehnt. Also, wie sagtest du es eben so schön? Hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Ist das jetzt mein Satz, wo du dann immer sagst, Tocania Valonia weiß nicht, der muss man will. Ja, genau, das musst du jetzt jede Folge unterbringen. Ich weiß nicht, was das über den Niveauunterschied zwischen uns beiden sagt. Ich kann mich halt für Namen begeistern. Wir haben ein Foto geschickt bekommen von unserem Fotografen Samir Salahov, der Pascal Otten zeigt, oder das Pascal Otten zeigt. Und er ist sehr wütend auf dem Foto. Erklär mir doch mal die Situation. Welche Situation hat Pascal denn so dermaßen wütend gemacht? Elfmeter 1, Elfmeter 2 oder rote Karte? Das ist eine gute Frage. Es kann auch gut sein, dass es das allererste Tor war, was aus seiner Sicht abseits war. Also er sagt, er stand da gut und meint das eben auch gesehen zu haben. Ich kann es nicht beurteilen, das ist das Übliche, wenn man zentral auf der Tribüne steht. Also wenn es nicht 15 Meter sind, dann sieht man es kaum. Also dementsprechend kann ich es nicht beurteilen. Es kann die Szene gewesen sein oder eine von den letzten Szenen, wobei er sich da auch schon fast schon ein bisschen amüsierte, wie sehr Kevin Pamorti sich über diese Situation aufregte. Wahrscheinlich auch aus einem Urverständnis dafür, denn Pascal Otten war ja auch Zeit seines Lebens eher Defensivspieler. Zeit seines Fußballerlebens, sagen wir mal so. Ja, Zeit seines Fußballerlebens eher Defensivspieler. Wobei wir uns natürlich auch alle an sehr schöne Treffer von Pascal Otten erinnern. Gerade im Herbst seiner Karriere. Nach Ecken oder Freistößen in den letzten Minuten. Das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite für Honsfeld, aus gleich doppelter Sicht, ein extrem wichtiger Sieg, denn der HSV hatte ja jetzt seit Mitte Oktober diese ganzen Derby-Wochen nacheinander gegen Weiwotz, Bütchenbach, Rocherrath, Recht und eben jetzt gegen Emmels gespielt. Und nach zwei Niederlagen und zwei Unentschieden musste da jetzt endlich mal ein Sieg her. Das haben sie dann noch geschafft. Im letzten Anlauf und auf der anderen Seite, wenn wir auf die Tabelle blicken, war es auch wichtig, um dann irgendwie bei der Spitzengruppe, beziehungsweise den Top 5 der Endrundengruppe, dran zu bleiben. Wobei ich glaube, dass Honsfeld das eher so sieht wie ich. Sie führen jetzt das Tabellenmittelfeld an. Und ich glaube, dass das am Ende auch das Ziel sein sollte. Denn eben am Ende so Platz 6, 7, 8, das denke ich ist a realistisch und b dann eben auch interessant für einen Aufsteiger, der sich jetzt erstmal festigen will. Okay, dann sagen wir es andersrum. Honsfeld hat den Abstand auf Emmels, das mittlerweile auf Platz 14 liegt, auf 10 Punkte ausgebaut. Ja, definitiv. Das ist schon sehr gemütlich, sage ich mal. Ich denke, noch drei Siege, dann sind sie ganz sicher gerettet. Also ich glaube nicht, dass eine von den Mannschaften da unten drin am Ende der Saison noch auf 30 Punkte kommt. Also das stelle ich mir dann doch relativ schwierig vor. Trappauer hat ja gepunktet, ausgerechnet gegen Weivarts. Ein 0 zu 0, wahrscheinlich auch ein Spiel, was wir beide lieber nicht gesehen hätten, beziehungsweise wo wir froh sein können, dass wir nicht da waren. Und ja, für Emmels wird es jetzt langsam ein bisschen enger tatsächlich. Also es bezeichnete sich ja schon in den letzten Wochen ab. Und langsam ist eben auch die Negativspirale da. Und sie konnten halt eben den Nachteil haben gegenüber von Bütchenbach und von Trappauer, dass die beiden Mannschaften von Beginn der Saison an wussten, dass es nur darum geht, sich irgendwie zu retten. Bei Emmels sah es Anfang der Saison so aus, als ob es, wenn es zu gut läuft, fast schon eine Liga höher gehen könnte. Wobei ich da auch ein Zitat von Thierry Bury, damals dann noch Trainer, in Erinnerung, um Gottes Willen, rufen möchte, der auch gesagt hat, unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt, eine ruhige Saison. Und das würde ja auch wiederum bedeuten, dass sie sich von Anfang an eigentlich darauf eingestellt haben, eben da unten zu stehen. Ja, das klingt aber auch so ein bisschen wie die übliche Freiburger Aussage. Erstmal wollen wir die Klasse halten. Und das ist ja auch schon einmal mit einer Europa-Cup-Teilnahme dann schiefgegangen tatsächlich. Also dementsprechend... Ein bisschen ein Understatement. Ja, es muss ja für jede Mannschaft am Anfang der Saison erstmal das Ziel sein, die Klasse zu halten. Auf der anderen Seite mit dem Saisonstart, den Emmels hatte, auch mit den Leistungen, die Emmels als neu zusammengewürfelte Mannschaft in der Vorbereitung hatte, da hätte man eigentlich schon fast die Top 5 anvisieren müssen. Wir bleiben mal in der zweiten Provinzklasse, auch wenn wir mit diesem Spieltag jetzt abschließen und zum Ende der Hinrunde kommen. Am kommenden Wochenende findet der 15. Spieltag statt. Damit ist die Hälfte absolviert der Saison. Und ja, gibt es eigentlich einen besseren Weg, diese Hinrunde zu beenden, als mit dem Eifel-Derby überhaupt in dieser Saison zumindest, was der Spielplan so hergibt? Weywarz gegen Amel? Ich glaube nicht. Und vor allem nicht mit den Vorzeichen, die die Partie so mit sich bringt. Denn Amel hat sich mehr als Facka geschlagen gegen Ferriere. Und ja, Weywarz hat sich sehr schwer getan in Trois-Pont. Wobei, warst du eigentlich schon mal in Trois-Pont? Kennst du den Platz da? Ich war in meinem Leben noch nicht in Trois-Pont. Ich nämlich auch nicht. Aber ich habe nichts Gutes über dieses Feld gehört. Die spielen von einer Brücke zur anderen, oder was? Ja, so ungefähr. Wahrscheinlich stehen die beiden Brücken dann so 50 Meter auseinander. Also wenn der Platz ähnlich ist wie der zweite Platz in Mineroa, der zweite Rasenplatz, dann holler die Waldfee. Okay, schön gesagt. Was glaubst du denn, ist am Sonntag der Fall bei Weywarz gegen Amel? Ist es ein Spiel, in dem sich dann doch die Tabelle bemerkbar macht? Und das würde bedeuten, dass du pro Weywarz tippst? Oder bringst du die alte Binsenweisheit raus, dass ein Derby eben keine Tabellengesetze kennt und setzt dementsprechend auf Amel? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe Amel auch tatsächlich überraschend häufig gesehen schon diese Saison. Die haben mir immer besser gefallen, als die Ergebnisse im Endeffekt ausgesehen haben. Also klar, es waren auch nicht immer glorreiche Leistungen dabei, aber zumindest waren sie nicht so schlecht, dass sie da ganz unten mit drin hängen müssten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Weywarz zu Hause den Sieg einfahren wird. Allerdings keinen einfachen Sieg. Ich glaube, dass sie es ähnlich schwierig haben werden wie Ferriere, die ja erst ganz zu Schluss noch das Spiel gegen Amel drehen konnten. Und dementsprechend tippe ich auf einen 3-2-Sieg für Weywarz. Ja, ich müsste ja eigentlich jetzt pro Amel tippen oder auf einen Unentschieden, weil ich ja weiterhin in Rückstand geraten bin oder in Rückstand stehe. Ich habe am Wochenende vier Punkte gemacht, du hast sechs Punkte gemacht. Das heißt, du hast deinen Vorsprung auf zwei Punkte sogar noch ausgebaut. Ich gehe aber trotzdem auf Weywarz und hoffe dann einfach, dass das Resultat zu 100 Prozent stimmt und glaube, dass Weywarz Amel mit 2-0 besiegen wird. Und dann haben wir ja im Norden noch ein Spielchen, Norden gegen Süden, Eupen B gegen Elsenborn. Und wenn ich dann nochmal auf meinen Satz von eben zurückkommen möchte, dass ich nicht derjenige bin, der auf Taktik aus ist oder auf ein wahnsinnig attraktives Fußballspiel, sondern eher auf die Geschichten neben dem Platz, dann ist dieses Spiel eigentlich prädestiniert. Und dann kann ich auch wirklich verraten, dass dieses Spiel eines meiner persönlichen Highlights als Reporter in dieser Saison ist. Denn es ist das Homecoming, die Rückkehr von Andi Malmolier zu in Anführungszeichen seinem FC Eupen, vor allem auch zu seinem FC Eupen B. Ich meine, Andi Malmolier, das Herz ist blau-weiß, selbst für ihn als Bayern-Fan, da ist sehr viel blau noch mit dabei. Und ja, das ist für ihn natürlich das besonderste Spiel überhaupt in dieser Saison. Die Rückkehr zum FC Eupen, mit dem er vor zwei Jahren den Pokal gewonnen hat, mit dem er vor einem halben Jahr aufgestiegen ist als Meister in die dritte Provinzklasse. Und ich glaube auch tatsächlich, dass seine Ex-Mannschaft, also die Eupener, noch motivierter sein werden als Elsenborn. Ich weiß ja, dass Andi Malmolier eine Mannschaft motivieren kann, auch wenn ich das in Böllingen nicht gesehen habe. Ich glaube aber trotzdem, dass Eupen so dermaßen heiß sein wird, seinem Ex-Trainer da einige Tropfen in die Suppe zu spucken. Obwohl Andi höchstwahrscheinlich auch selber spielen wird. Er hat ja am Wochenende nochmal die Schuhe rausgekramt und hat auch schon vor Wochen gesagt, sollte er nicht gesperrt sein, dann wird er gegen Eupen auf jeden Fall spielen. Mal gucken, ob das am Wochenende effektiv der Fall sein wird. Aber um nochmal auf das Tippspiel zurückzukommen, ich glaube, dass Eupen gewinnen wird. Ich tippe zum zweiten Mal in Folge auf den FC und sage, ja, was sage ich denn? 2-1. Ich hätte jetzt original dasselbe Plädoyer gehalten. Also wirklich original dasselbe Plädoyer. Ja, von meinem hohen Ross herab. Inzwischen, ich habe es natürlich nicht nachgeguckt, wie viele Punkte Vorsprung sind, aber es sind ja mehr geworden. Also kann man auch mal, wobei du gehst ja viel mehr ins Risiko als ich tabellarisch, muss man ja mal sagen. Richtig, meistens, ja. Dann sage ich, dass Anni Malmoudi seine Motivation auf seine Mannschaft übertragen kann und dass Elsenborn einen, viele Tore werden wahrscheinlich fallen. 5-4 auswärts, die Geff feiert. Da bin ich auf jeden Fall fennig geil. Ich dachte, dir sind schöne Spiele nicht so wichtig. Die Storys sind wichtig. Das ist korrekt. Und ein 4-5 muss ja auch nicht unbedingt das schönste Spiel sein. Also ich glaube nicht, dass Olpen und Elsenborn mir da ein Fußballspiel Bach Exelors auf den Platz zaubern werden. Aber für Tore kann man natürlich dann trotzdem sorgen. Ich fand, das war eine gute Folge. Ja, ich muss auch sagen, überraschend kurz für die Anzahl Spiele, die wir hatten. Ja, und sogar noch Historie. Ja, und sogar noch Historie. Am Ende werden wir wahrscheinlich trotzdem knapp an der Stunde sein, würde ich schätzen. Ja, müssen wir mal schauen, wenn wir gleich geschnitten haben und die Sprachnachrichten von Robin auch noch drin sind. Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Die gibt es ja auch noch. So, in diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns auf den Plätzen am kommenden Wochenende. Grüße gehen raus an die Turkania Valonia Weissmiss für Movi. Ciao. Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Bau, direkt vom Platz, direkt ins Studio.